das ist ein bisschen gruselig wenn man da auf einmal eine mediestimme hat und so was gesehen im laster und sagen wir so wir sind im finalen part spiel überall wo das gerät platziert worden ist werden wir gegen xeon kämpfen müssen und sie bezieht und dem gerät ihre kraft deswegen schön ausrüsten mit elixieren und keine ahnung was weil sie ist nicht ohne ich sag's euch gleich das ist katastrophe ich hoffe ich schaffe es auch ein zweites mal ich kann sie ja nämlich auch heilen das ist das gemeine und sie hält sie zu der 4 Ich glaub, alles was wir mit Magie abziehen, heilt sie sich zurück, wie ich das sehe. Also nicht mit Magie angreifen. Bringt sich nicht sehr viel. Aua. Phase 1 vorbei. Oh mein Gott. Willkommen in Halloween Town. In der nächsten Station. Ich halte mich jetzt mal an. Die hat ja eine nette Fähigkeit. Ist nicht sehr schön. Ja, das macht uns verdammt viel Schaden. 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 Ja, ich bin nicht verdammt viel Schaden. whether oder oder oder? Ja, es macht uns verdammt viel Schaden. Jäこれ, die W hai. Ja, das macht uns verdammt alles. Nein, 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 nein. Ach, das ist echt gemein, ja. Wenn man sich da nicht angreifen kann, weil sie das Dauer spammt. Ach, Mensch. Lass mich auch mal angreifen, Mädchen. So. Hast du es jetzt bald, oder? So, willst du es noch öfters einsetzen? Ich meine, irgendwann nervt es. Okay. Ja, komm, es ist nicht... Es ist echt neobtig. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist so verdammt nervig. Das glaubt ihr gar nicht. Und das wird jetzt noch nerviger. Der letzte Dings ist am... Finde ich am besten, weil die nicht so nervig ist. Aber trotzdem. Das wird echt zum Ausmaß der Hölle. Ganz besonders das. Ich hab fünf Schwerter. Oder sechs. Wenn ich gleich weiß, ich nicht wie viele. So. Rock's aus. Rock's aus. Okay. So. 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 Was ist das flieg, flieg, flieg? So, tut mir leid, dass ich so wenig spreche, aber ich muss mich da verdammt konzentrieren, weil ich möchte nicht sterben. Ich möchte da wirklich nicht sterben. Das Mädchen ist nicht ohne. Ne, wenn Roxas nicht springt. Kurzen Augenblick. Es ist schön, wenn man mitten in der Aufnahme unterbrochen wird und irgendwann weiß man unterbrochen wird. So. Roxas, spring! Ich bin ein bisschen übervorsichtiger. Ich hoffe, das kann man verstehen. Auch wenn es Roxas nicht hinkriegt. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich schon sagen. Ehrlich zugeben, ich habe von der Form am allermeisten Angst. Wenn sie so weg springt. Ach, die Roxas. Aber was für dich weiß, wenn man sich nicht, also sie mich mit Magie angreift. Nein, jetzt geht lieber weg. Wenn man sie nicht mit Magie angreift, dann kann sie sich auch nicht heilen. So würde ich das verstehen. Springst du? Oder auch nicht? Springst du? Springst du? Was? Was? Jetzt werde ich böse. Wenn du mich jetzt umbringst, dann werde ich aggressiv. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Ich bin mich doch bloß noch hell. Du bist du in Ruhe. Ich bin nicht aufgerlich, ich bin in Ruhe. Ich bin nicht aufger benefit, und ich bin nicht aufgerichtet. So. Ja, komm, außen nicht sehr aufstrauchen und das ist dann. Ja, komm, außen nicht. Oh, Xas, hau ab von mir. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich das sonst besiegen soll. Oh, jetzt heizt sie sich voll. Oh, Mensch, das nervt jetzt ernsthaft. Das ist nicht mehr lustig. Das blöde scheiß Drecksviech. Jetzt verreckt doch endlich. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Uh-oh. Das war's für heute. Am I the one who did this to you? No. Das war's für heute. 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 Oh! Siehom. Wie ist das passiert? 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 So, und ab hier beginnt das Finale, allerdings wird es erst im nächsten Part sein. Bis dahin, ciao, ciao!